Sie haben Ihre Vorlesung oder Unterrichtsstunde aufgezeichnet und daraus eine einstündige Aufnahme erstellt. Im Anschluss daran merken Sie, dass viele Studierende oder Schülerinnen nicht bis zum Ende zuschauen bzw. wichtige Inhalte übersehen. Also, wie können Sie Ihre Videos verbessern, um die Studierenden oder Schülerinnen zu fesseln? Wenn Sie Ihr Langes in viele kürzere Videos aufteilen, wird die Aufmerksamkeit verbessert, sodass Studierende und Schülerinnen einfacher die Inhalte finden können, die sie mehrmals ansehen müssen, um sie nachzuvollziehen. So ist es für die Lernenden einfacher, die unterschiedlichen Informationen behalten zu können. Importieren Sie zunächst Ihr Video in Ihren bevorzugten Videoeditor. Für dieses Beispiel verwende ich Texmus Camtasia. Schauen Sie sich das Video an und entscheiden Sie, wo Sie es am besten aufteilen wollen. Suchen Sie nach einer passenden Pause oder einem Übergang von einem Themenwechsel zum anderen. Verwenden Sie Markierungen oder notieren Sie sich den Zeitpunkt, an dem das Video aufgeteilt werden soll. Hier platziere ich eine Markierung, um den Startpunkt für ein Videosegment anzugeben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Markierung zur Timeline hinzufügen oder drücken Sie Umschalt M. Im Anschluss benenne ich die Markierung im Eigenschaftenbereich. Als nächstes füge ich eine Markierung an der Stelle hinzu, an der das Videosegment enden soll. Fügen Sie nach Bedarf weitere Markierungen im gesamten Video hinzu. Nachdem ich entschieden habe, wo die Segmente beginnen und enden sollen, werde ich jedes Segment auswählen und als neues Video produzieren. Ziehen Sie dazu den Abspielkopf an die erste Markierung oder machen Sie einen Doppelklick auf diese. Klicken Sie auf den roten Anfasser und ziehen Sie ihn bis zur nächsten Markierung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den ausgewählten hellblauen Bereich und wählen Sie Timeline produzieren als. Aus dem ausgewählten Bereich wird ein neues Video gerendert. In diesem Fall speichere ich es als MP4 Datei, die ich einfach verteilen kann. Ich habe ein paar Dateiorner erstellt, um die kurzen Videosegmente abzuspeichern und zu organisieren. Lassen Sie uns erneut nur einen bestimmten Teil des Videos auswählen. Ziehen Sie den Abspielkopf zum Startpunkt des Videos. Ziehen Sie den roten Anfasser an das Ende des Videosegments, das Sie erstellen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem markierten Bereich und wählen Sie Timeline-Auswahl produzieren als. Wählen Sie nur MP4 aus, klicken Sie auf Weiter, geben Sie einen Produktionsnamen ein und wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie das Video abspeichern möchten. Nachdem Sie mehrere Videos produziert haben, erstellen Sie ein einheitliches aussehen, indem Sie ein gemeinsames Intro, Outro und Design verwenden. Hier habe ich eine Camtasia-Vorlage, die ich mit dem Logo und den Farben einer Universität erstellt habe. Ich importiere eines der gerade erstellten Videosegmente und ziehe es dann auf den Platzhalter, bis dieser grün umrandet ist. Dann wähle ich Ersetzen und Lücke schließen, damit der Platzhalter an die Videolänge angepasst wird. Mein Video ist erstellt und ich kann dies mit den anderen Videosegmenten wiederholen, um Ihnen ein gemeinsames Aussehen zu verleihen. Andere Informationen zu Vorlagen oder anderen Camtasia-Tools finden Sie in weiteren Tutorials. Vielen Dank fürs Zuschauen!